Moin Moin! Moin Leute, willkommen zu unserem allerersten Let's Play. Wir werden auch direkt starten mit Metal Gear Rising Revengeance, ohne groß viel zu labern. Ich würde sagen, auch schwierig machen wir das. Schwierig? Schwierig ist das Tutorial? Wir haben es eben schon mal angetestet, ich kann es ein bisschen besser als der Kollege neben mir. Lügen über Lügen? Wir sehen das gleich, wenn er beim ersten Boss stirbt. Zu einer Unverschalltheit. Wir observieren auch gerade das Tutorial und der Kollege neben mir. Also wirklich. Wir werden es jetzt mit dem Xbox Controller spielen und Lügen. Ich bin PS3 Controller gewöhnt, aber das passt schon irgendwie. Lügen und Babys die Beine. Ach Quatsch. Na, den Ninja-Man hat er ja schon drauf, dann können wir das Tutorial direkt beenden. Siehst du, als wenn ich das mache? Du drückst noch 2000. Guck mal, jetzt geh ich hier rein. Toll. Ja, aber den verkackst du schon. Können ich den Schweren nur trotzdem. Was will ich jetzt bei denen machen? Ich werde die alle umbringen. Ja, die Pappfiguren. Zack. Wow. Ich bin beeindruckt. Achso. Ups. Scheiße. Damit ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube, die Story müssen wir nicht viel erklären. Die wird sich von selbst erklären. Die es nicht kennen. Wir haben bisher auch nur Metal Gear Rising gespielt. Keine anderen Metal Gear Teile. Ich glaube, mittlerweile gibt es nur 5, 6. Ich weiß es nicht. Echt? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt der jetzt Ground Zero raus. Also jetzt auch mit Reisen. Also mit Reisen gibt es glaube ich dann... Rine gibt es nur das eine, glaube ich. Naja, auf jeden Fall Metal Gear Noobs. Aber... Was ist denn das denn jetzt heißen? Also ich persönlich wollte es mal gerne alles nachholen. Die ganze Metal Gear Spiel. Aber ich kam ein bisschen noch nicht dazu. Ich kam mich nicht dazu. Hm. Ja, ich bin nicht dazu. Wow. Das erste Mal, dass es nur kommt. Das geht noch nicht. Kann ich mit dem extrahieren. Ups. Das ist gut. Ist okay. Der ist tot. Guck. Ja, er war scheinbar noch nicht tot. So spätestens jetzt. Ja, spätestens jetzt. Was ist das so? Was ist das so? Deswegen müssen wir es ganz wegdrücken. Fürst? Ja, ich schnapp nur. Geht ja. Geht nicht? Ach so. Nee, dann los. Ja. Ja. Also parieren ist schon... ...verdammt wichtig im Spiel. Und die Verlangen sind. Fürstens bei den Endgegnern. Ja. Also beim ersten, zweiten Verschritten wird es noch aber dann. Und im höheren Schwierigkeitsgrad. Dann sowieso nicht. Ich mag den Doktor. Völlig. Der hat diese... ...stilistische... ...ingeniecht gesorgt. Ja, für so. Das ist das Gehirn... ...ist nur mit Haut bedeckt. Dann, slice your foe apart. Keep in line. Even you will not be able to parry every type of attack. Watch your foe's movements carefully. Noch mehr. Was kackt? Ha! Was kackt? Nein. Da hätten irgendwas anderes noch gesagt. Echt? Ich weiß nicht was. Oh, nicht um es zu gut. Schauen wir mal. Ja. Das geht nicht. Ach der Typ. Du hast es nicht so mit Handlangern, ne? Ja. Ja. Oh nein. mehr als erwartet. Vielleicht war ich falsch bei diesen privaten Militärern. Wir preferieren privaten Providers privaten, Sir. Die meisten von Mavericks fokussieren auf Sicherheit. Ja, aber Sicherheit kann viele Dinge bedeuten. Es gibt ein Wort, das ich liebe. Ein Wälder hält eine andere in der Schieff. Ein Wälder ist die Gefahr alleine. Ein Wälder ist ein Wälder. 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 Ein Wälder und ein Philosoph. Du bist voll von Überrasen, Herr Leidling. Ich könnte das gleiche über dich, Herr Präsident. Herr Minister. Was ist passiert? Ein Wälder ist ein Wälder. Halt an. Oh ja. Ist ja so der Schönling immer. Die werden immer gleich dargestellt. Ja, ja. Stimmt. In diesem in Gesicht hängenden Haaren und so. Ist jedes Mal so. Ja. 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 Was soll ich hier machen? Ist ja wirklich. Kann machen. Ja, wir wissen ja noch gar nicht, ob das da überhaupt zu hören ist. Ja auch. Ja gut. Okay. So ist der Fahrrad einen Namen, aber der Berater nicht. Nein, Leopard 1 ist ja nur die... Der Fahrer ist ja Nummer 4 oder so. Oder 5 oder? Ja. Ist auch ein Namen. Naja. Nummer 5. Leopard 1 ist einfach nur die Bezeichnung für... Das ist sowieso wie Air Force One. Weißt du? Besser als Handballer. Leopard 1 ist einfach nur dieses Fahrzeug. Nein, so ist der Fahrrad. Die Einheit. Nein, nein, nein. Leopard 1. Das ist doch... Das ist wie Air Force One. Ja. Das ist die Bezeichnung von dem Fahrzeug von der Einheit. Ich sage es dir. Ich habe immer noch. Ja, der ist eigentlich den ersten Boss. Oh, ich bin egal. Ich werde es verlieren und dann kannst du deinen Kreml beweisen mal wieder. Okay. Ich habe Freunde oder unsere 12. Leopard 1? Ich war den Prime Minister. Das ist ein Job. Das ist ein Job. Von Mr. Code. Wum, bum, bum. Letz sich das nicht an. Ja, schade. Ich finde, die sind komische Schultern so hässlich. Ich finde, die Füße. Ich finde die Füßen so gut. Die Füßen sind auch komisch. Ja, ja. Die haben ja seine Sünden super spät, aber... Warum? Da kommen ja die Messer raus oder was? Wie? Da kommen da auch so ein Messer raus oder was? Naja, mit diesem einen Gegner fängt er doch die Messer mit den Schuhen an. Jaja, gut. Let's get this over with. Ich hätte auch mit den Händen machen können. Hello. So. Okay, das sind ja jetzt die gleichen Gegnern. Das ist ja nicht schön. Aber das ist toll. Heavy strikes. Hör. 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 Hör, hör. 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 Möge ich, wie. Na, ich glaube du kannst jetzt einfach nur durchlaufen. Ich hab mir jetzt ein bisschen zugegeben, bis du da durch bist. Ja, ich wollte einfach nur ein bisschen zugegeben. Ja, das stimmt. Ah, das war das Schwestern. Na komm. Reiden, es ist auf der anderen Seite der Barricade. weiter guck da ist Nummer 5 Das ist mein Lieblingsgeppner. Das ist mein Lieblingsgeppner. Das ist mein Lieblingsgeppner. Das ist mein Lieblingsgeppner. Ich will ihn tot. Das ist kein Lieblingsgeppner. Die Afrika wird ein bisschen zu spätig. Was? Das ist mein Lieblingsgeppner. 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 Was? Das ist mein Lieblingsgeppner. Das ist mein Lieblingsgeppner. Das ist mein Lieblingsgeppner. Das ist mein Lieblingsgeppner. Es ist ein Hammer. STOP Was ist das denn? Herzlich willkommen hier ja... Da ist es nicht noch ein Trauer. Da bin ich auch noch das Nora. Nein das war noch nicht. Wie zum Teufel! Achso, spreng ich vielleicht. Ne, ne. Oh, oh Schiss, ich bin dran. Warst du richtig geblockt oder was? Ich weiß nicht. Das ist ja wirklich ein richtiger Moment. Schnauze. Was? Sie haben ein Metal Gear? Hier? Raiden, schau das UMG und geh nach vorne! Kass das Bisschen bevor es fließt! Ja, ich bin dran. Du hast es gespielt, das war ich. Ja, ewig nicht mehr. Du hast es gespielt, das war ich. Ich kann mal Mario 1 spielen, das kann ich auch noch. War schon, das ist schon zu, war ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Na. Ja. 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 das ist das muss man ja fu Du musst nicht den Schwanz nach oben machen. Ja der bleibt bestimmt nicht da lang. Now Reiters, bring it down! Ja, ja. Der Doktor guckt das auch so, von zu Hause einfach so wie so einem Fernsehshow. Ne, das ist ja nicht der Doktor, das ist so großartig. Achso, ja. Wegen dir. Irgend so'n Typ. Das war jetzt aber ziemlich cool. Er ist auf der anderen Seite des Collapse-Bildes, komm! Naja, also verlaufen kann man sich in diesen Maps echt nicht, ne? Die sind so simpel gehalten, das ist echt nicht. Na, bei der Kamera steigen schon. Ja, ok, das stimmt. Der ist echt nicht weit gekommen, also. Der ist aber ein bisschen schwerer. Ja, stimmt. Ja, das ist auch. Ja, das ist auch. Der Wart der hier ist wohl. Ja. Warum kann ich da eigentlich nicht wachkommen? Ist nicht so cool. Guck mal, der springt doch direkt durch. Da muss hier diese einzelnen Dinger... oh. Das war aber schlecht. Ich wollte auch durchspringen. Okay, von mir erst an nicht. Was passiert jetzt? Ach ja. Ich hasse diese Scheiße. Ich habe mich staunt. Ich hasse diese Scheiße jetzt. Du musst schon wieder versagen. Ja. Ja. Verrug. Ach, schon. Kannst du das schon anhalten. Vielleicht war alle rechtlich schon. Das ist jetzt zu früh. Ah. Jetzt. Blop, blop, blop. Gut gebloppt. Oh. Es ist noches. Oh nein. Ich gehe mit mir auf. Oh, ich gehe mit mir aus. Oh. Oh. Oh nein. Das ist es ein Ding. Okay, mal unten. So ein fieser Wasser. Warum hat das eben... Achja. Manche können es, manche nicht. Gut. Egal, da gibt es immer noch gut. Ohja. Der wollte es auch haben. Kommt da mit dem Schnabel dran. Da... ...vorte die Sch***e rein. Das zieht ja von Wasser. Trotzdem bin ich lieber bereit zum Glocken. Wo gehst du schneller rein? Der wird auch rein. Jetzt. Das ist die Hilfe. Das ist die Hilfe. Das ist die Sch***e. Jetzt. Das ist die Sch***e. Das ist die Sch***e. Das ist kaputt. Das ist die Sch***e. Das ist die Sch***e. Ich ging das jetzt nicht hin. nur geschenkten ich hab sie die falsche taste pass auf da liegt energie da liegt hab ich mich gedacht klar als vorfall aber das auch ne jetzt bist du nicht in die energie gefallen alles geplant das weißt du nicht ich mach's dann spannend für die Zuschauer ach so jetzt kannst du den kaputt machen ne das komm 1,2 mit Serien dann gleich wow vereinbar easy klar weg aaaah hat noch was egal drauf 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 schau ja das muss ja perfekt ok das muss jetzt mal äh aber schauen da es gibt ja nicht die ganzen missiles hier wurde nie lagert im bauch der ist ja innen hohl ja ja und jetzt no 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 au wie sie kontrol das kannst du auf stemmen gesetzt jahe jump komm deswegen ja jetzt bin ich gejumped verdammt nochmal jump ich da direkt in das scheißding rein das war die absicht bist du ein bastard ne ja eigentlich klappt das wirklich schon wenn du da jumpst ich sag's dir jetzt kommt ja 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 was wunderbar sie hat am letzten moment noch verkackt dankeschön ich hätte so schön gekämpft jedes mal alles perfekt alles er jeden hit geblockt richtig perfekt besser ging es eigentlich nicht genau denn es kann man ja das mögliche workout warum ist er jetzt nicht gegen die wand gesprungen er kann gegen die wand laufen, warum hat er es nicht klar gemacht? der wird doch deutlich schneller gewesen ja aber das wäre nicht so spektakulär gewesen eigentlich schon na nicht ganz so so er ist jetzt gegen die Wand gesprungen, nach ihm dann bin ich jetzt der Filtrotor ist in deinem Weg gebt einen Augenblick auf ihn oh gebt Prime Minister huh too little too late, hero I won't be needing my little seal here any longer stop what about all the good things war is done for us why don't we ever hear speeches about that jobs, technology, a common purpose raiden forget me stop him you ain't listening mind if I cut in? oh oh we're saying give war a chance no nice nice we're no we're is all yours Sam we're So, ja, diesen Kampf kann man nicht gewinnen? Das ist halt für ein Gericht. Das ist halt für ein Gericht. Okay, ich geb mein Bestes. Das war schon ziemlich schlecht. Not half bad. Still. Your Technik lacks something. Okay, schon. Oh, hey, hey. Jetzt sieht man ja trotzdem aus. Das ist ja auch so, oder? Ja, der ist halt ein bisschen stärker als du. Ja, der ist jetzt. Hey, der ist so schnell. Wie schnell? Oh. Oh ja, gut. Ah, jetzt verstehe ich. Du hast deine Wehre für seine Wehre. Huh? It yearns to bathe in the blood of your enemies but you hold it back. No My sword is a tool of justice. Das ist jetzt ein ziemlich geiler Teil. Ich finde, wie viele Explosions hat sich da rausgeschossen. Was ist das? Den nimmt es ja gelassen. Okay, den krieg ich noch. Achso. Ja, wollte ich auch jetzt fallen. Hey, schubst mich nicht. Jetzt gebe ich dir was. Oh. 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 Ah! Kept you waiting, huh? The bullets. Down you go! Flares! Oh, that's... the Drache. He can also. Ah, I'll get... Everything okay. Er kriegt ja die Gelegenheit dazu. So, damit haben wir das erste Kapitel, den Prolog eigentlich, abgeschlossen. Machen wir das Video auch vorbei, ne? Dann würde ich sagen, machen wir ein Päuschen. Ein Päuschen. So, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Mal schauen, wie es weitergeht mit Metal Gear Revengeance. Yes sir. Schönen Tag noch.